Ja, wir sind jetzt auf der letzten Tour, bevor es dann wieder ins Toil runter geht und Rückblick auf die Woche. Ja, man hat viel Neues gelernt, vor allem im freien Gelände zum Gehen, auf was man alles aufpassen muss. Die Schnellverhältnisse, das Lawinenrisiko, das hat man voll gedacht. Das hat aber auch vom Spirituellen, weil ich die Abstimmung richtig gut finde und hat gut gepasst, ja. Es war wundervoll, also das Wetter, die Ausblicke, das Essen, die Jause und ich kann das nur wärmstens weiter empfehlen, die Bergwoche mit Rene, mit dem Bruder Rene und mit dem Bruder Ulrich. Das war die Skitonwoche High and White 2023. Wie waren Sie? Es war richtig cool. Ich habe viel Neues dazu gelernt. Fantastisch, jetzt mal ereignisreich. Der Ausblick war ein Traum. Herausfordernd und genussvoll. Sportlich und schön. Voll ist super, Gott zur Nahe. Wuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Vielen Dank.